Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin mit einem tollen Video bei dir. Tuba Büyüküstüns Erklärung, die einfach nicht funktioniert. Als der Schauspieler zum ersten Mal über sein Privatleben sprach, erregte er erneut alle Aufmerksamkeit, indem er sagte, Liebe hat nichts mit deinem Erfolg im Leben zu tun. Ich bin bereits jemand, der mit seiner Einsamkeit im Reinen ist. Warum sollte ich Leute treffen, nur um nicht allein zu sein? antwortete er. Hier sind die markanten Aussagen von Tuba Büyüküstün. Sie erhielt Angebote von vielen Fernsehserien, las die Drehbücher, sagte aber, dass ihr keines der Drehbücher gefiel. Engin Akurek und Aina sagten, ich würde gerne an dem Projekt teilnehmen. Ich würde gerne noch einmal an der gleichen Produktion mit Engin Akurek teilnehmen. Aber es gibt kein solches Projekt. Tuba Büyüküstün und Engin Akurek erhielten nach ihren Aussagen großen Beifall in den sozialen Medien. Es war schön, in unserer Zeit ein Model zu sein. Aber jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Die Schauspielerin Tuba Büyüküstün sorgte mit ihrem großartigen Anblick ihres gesunden Körpers für großen Eindruck in den sozialen Medien. Tuba Büyüküstün, die Schauspielerin der Fernsehserie Magnificent Century, hat sich kürzlich wieder getroffen. Die Posen des Trios werden zur Vetter des Lichts. Der Punkt, den sie mit dieser Notiz teilen, ist, dass wir jede Erfahrung genießen können, bis unsere Gesichter Falten bilden. Gut so, diese Aussage erhielt große Likes und Follower in den sozialen Medien. Wir präsentieren Ihnen den wunderbaren Austausch und die neuesten Nachrichten von Tuba Büyüküstün. Auf Wiedersehen, wir sehen uns in neuen Videos.